Hallo zusammen, ich bin Jan und arbeite bei Gottlieb Müller als Kundermauer. Ich nehme euch heute mit, mit dem Tunio durch meinen Alltag. Wir sind jetzt hier im Lager und laden Material auf, das wir auf der ersten Baustelle jetzt brauchen. Das ist Konrad, der gibt mir täglich die Aufträge, was ich so machen muss. Wir gehen jetzt zuerst an die Frohburgstrasse. Hier gibt es eine Fensteraussparung, einen Durchbruch. Und das ist eben schöner als Kundermauer, wir haben jeden Tag etwas Neues. Wir gehen jetzt noch den Anhänger an, hängen und holen noch ein paar Deck, weil wir das brauchen auf der ersten Baustelle. Wir sind jetzt hier an der Müllitalstrasse, unsere erste Baustelle heute. Hier gibt es einen Fensterdurchbruch und zuerst geht es ums Abdecken. Also Tunio, wir stellen jetzt hier die Stahlwand, etwa zwei Meter breit. Bei unserer Arbeit sind wir ab und zu bei den privaten Kunden. Und darum müssen wir immer gut abdecken und schauen, dass alles stahlfrei ist. Also ich bin jetzt seit vier Jahren hier als Kundermauer. Vorher habe ich halt die Lehre gemacht und habe noch ein gescheites Militär, ein Jahr lang. Und ja, bis jetzt gefällt mir immer noch. Wir haben hier gestern schon etwas vorbereitet. Hier gibt es jetzt einen Fensterdurchbruch. Gestern haben wir noch gescheite Aluplatten rausgerissen. Hier müssen wir jetzt ziemlich genau arbeiten. Hier schneiden wir dann an. Ah, hoi zusammen. Hier sieht man sich wieder. Wir sind hier im BZZ in Sofingen und ich zeige euch jetzt, was wir hier verarbeiten haben. Wir haben hier eine Re-Schiebetür. Die müssen wir jetzt provisorisch aufmachen, dass sie nicht immer auf und zu geht. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Klebe. Der Grund, warum ich angefangen habe, ist, weil ich gerne draussen arbeiten und handwerklich gerne. Und auch geschickt bin. Das habe ich früher schon gemerkt, auch dem Vater schon gesagt. Ich befülle lieber draussen als in einem klimatisierten Büro. Ich würde gerne ein bisschen schwitzen. Wir ergänzen den Verbundstein. Wir ergänzen ca. bis 20 cm ab hier. Und dann betonieren wir die restlichen 20 cm noch. Damit wir einen schönen Übergang haben. Das war's für heute. Meine weiteren Pläne für die Zukunft. Die stehen eigentlich noch in den Sternen. Also ich bleibe gerne noch auf diesem Job. Weil es mir mega gefällt. Und vielleicht einmal polieren oder so wäre wirklich nicht das dümmste. So, das war's vom heutigen Tag. Wenn auch ihr Lust habt, als Kundenmauer zu starten, geht auf bauberufer.ch.